Hier ist Paul Panzer! Haben Sie einen Mixer? Ich könnte Ihnen mal einen grünen Schmuzi machen. So, gleich geht's los. Wir sind jetzt hier in der Messehalle in Frankfurt an der Oder und gleich treffen wir meinen Doppelgänger Paul Panzer. Warum Paul Panzer? Er ist so ein bisschen, finde ich, authentischer. Paul Panzer, gefällt mir, hat man ja den Dialekt, der man so schön raus macht. Diese Sprachfehler, sage ich jetzt mal, die er manchmal hat, sind eigentlich sehr lustig. Hier hinten habe ich auch eine Frau und unseren Sohn so schön erzählt. Hey, hallo! Ach der! Ja! Was machen wir hier? Weißt du, ein Bild? Du siehst wirklich aus. Sehr schön. Ja, so ein bisschen. Er sieht nicht ganz so gut aus, aber es ist schon eine Ähnlichkeit da. Er ist ein bisschen jünger. Wollen wir mal tauschen? Wollen wir tauschen? Das ist ja schmutzig ohne Ende. Ja, ja. Ist das so der Trick? Ich werde dir gerade verarscht, ne, Freunde? Ich werde dir verarscht. Na jetzt ganz im Ernst, wir sind hier bei uns immer so ein bisschen Tipps abholen wollten von dir, für den Fall, dass du mal nicht kannst, was man irgendwie… Ja, das Hemd ist schon, da bist du schon ganz weit von mit. Da haben wir auch lange nachgesucht, bis wir was passendes gefunden haben. Ja, soll man mal, also hier, guck mal, hier sind ja so Kreuzchen auf dem Boden. Und da, das ist meins, das ist deins? Das ist Ilze. Unsere Kuh Ilze. Vorm Plakat. Pass mal auf, was jetzt passiert. Guck mal hier. Und tschak! Verstehst du? Aus dem Licht, im Licht, aus dem Licht, in den Licht. Mach du mal. Drin, draußen, drin, draußen. So heißt mein Programm. Kannst du mal vorlesen? Also mein Programm heißt Invasion der Verrückten. Mit ein bisschen mehr Enthusiasmus, ja. Du musst ja heute Abend sagen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Invasion der… Jetzt versuch mal. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Invasion der Verrückten. Im Fernsehen? Und die Hose ist offen. Oh, da muss man natürlich direkt als Bildreporter hinzeigen und sagen, ey, da gehen wir jetzt aber rein, aber mit einem ganzen Team. Jetzt macht er mir alles nach. Sieht sehr intellektuell aus. Wird denn dein Programm gesungen irgendwie in deiner Non-Show? Das fehlt noch. Dann ist der nächste Schritt, oh, jetzt muss ich aber hier trommeln. Mit Wasser auf der Trommel und rotem Licht, wo die lichtroten Dinger hochspritzen. Das wäre ja nicht Stand-up, weißt du? Stand-up kommt ja, dass man einfach da steht und was erzählt. Das hier ist ja nur Beiwerk. Du bereitest dich im Grunde gar nicht vor. Du bist jetzt hier, also es geht ja so. Ich mach ja nichts anderes. Ich mach ja nichts anderes als die Auftreten. Ich kann das auch am besten. Leute zum Lachen bringen. Was macht dich denn traurig? Ach, geil viel. Wenn ich manchmal mit dem Auto fahre und so eine große Libelle an die Scheibe klatscht, dann hab ich denke ich schon, ja, wartet da zu Hause eine kleine Libelle auf ihre Mama. Wenn das nicht mal was für eine neue Show, so eine Outdoor-Geschichte, würdest du sowas mitmachen? Irgendwie so eine Reality-Geschichte, Outdoor? Nein. Reelle denke ich immer gleich so an diese Formate, die die Ehe auch immer so gut findet. Hier Dschungel. Finden viele gut. Ja, ich weiß. Es ist ja auch, ja, Brot und Spiele. So könnte ein neues Programm heißen. Ich würde nie einfach so plump Werbung machen. Du hast die ganze Zeit Bild auf dem Ding stehen, ne? Ich hätte das besser, hätte ich mir so umgehängt an so einer Kette. Dann würde ich sagen, schönes Leben, ne? Und ganz liebe Grüße an alle Bild-Online-Guckerinnen und Gucker. Und ihr habt recht, er sieht ein bisschen aus wie Paul Panzer. Ja. Jünger halt.